Hallo meine Lieben, ich habe heute einen etwas größeren Kreativ-Bund-Hol für euch, den Monat November. Da habe ich tatsächlich jetzt insgesamt viermal bestellt, aber auch nur, weil das halt der Geburtstagsmonat von Vera ist und es auf alles im Shop 10% gab. Ich hatte ein paar Sachen, die halt auch bestellt werden mussten, weshalb auch einiges länger gedauert hat, was aber gar kein Problem ist. Da habe ich dann gerne gewartet. Es war ein bisschen was aus einem neuen MFT-Release, ein paar Sachen, die ich so haben wollte und auch, weil ich mir die Spellbein das Glimmer-Hotfeuer-Maschine zugelegt hatte, ein bisschen Zubehör. Aber legen wir einfach mal los. Ich zeige euch, was im November alles mitgekommen ist oder bei mir einziehen durfte. Fangen wir mit dem MFT-Release an. Hier, das ist wieder ein Stacy-Yakula-Set Christmas Tree Farm. Das sind die Tierchen, die quasi ihren Baum schlagen gehen für Weihnachten. Er hat seine Axt dabei. Er schleppt den Baum weg. Auch die Maus, total niedlich. Ich bin zwar dieses Jahr jetzt mit Weihnachtskarten durch, aber die werden dann auf jeden Fall für nächstes Jahr Verwendung finden. Dieses Set musste auf jeden Fall sein. Ich liebe ja die meisten Sets und Designs von ihr. Das hat jetzt mit dem 10% Rabatt, denkt dran, die sind jetzt natürlich wieder etwas teurer. Ich glaube 15,95 Euro regulär, 14,36 Euro gekostet. Dann habe ich ja meine Nouveau Drops verkauft, weshalb ich jetzt mal ein bisschen an Enamel Dots mir zulege. Das sind jetzt so transparente, klare, wie so Tau-Tropfen, kann man sagen, sehen die aus. Die haben 2,66 Euro gekostet. Regulär, glaube ich, 2,95 Euro. Gibt es ja einige Farben von Simple & Basic. Die sind schön günstig und ich bin gespannt, wie die sind, aber ich denke mal, die kann man super nehmen. Und einmal so ein einfaches Weiß, Simply White, auch für 2,66 Euro. Die waren lieferbar, daher durften die mit. Die Sachen waren jetzt auch alle auf Lager, als ich die bestellt hatte. Dann hier auch von Stacy, ja cooler Holiday Hello. Ja, schaut mal. Center mit seinem Rentier, der Zaun, Geschenk, Bäumchen. Der Briefkasten quillt über vor Briefen an Center. Finde ich auch total niedlich, auch 14,36 Euro. Das Set musste noch bei mir einziehen. Dann ging auch hier kein Weg dran vorbei von Jutsu. Holy Jolly Center, total niedlich mit einem Kamin. Die kleinen Rentiere, der Schlitten und zweimal den Center. Hier sogar noch die kleine Socke, die kann man an den Kamin hängen. Da werden definitiv nächstes Jahr dann schöne Weihnachtskarten draus. Total süß. Auch das Set 14,36 Euro mit dem Geburtstagsrabatt im November. Schauen wir das mal so. Und, ja, auch das musste sein, auch von Jutsu. Ist ja ein relativ neuer Designer noch bei MyFavoriteThings. PlayfulPinguins. Ich weiß nicht warum, ich bin sonst eigentlich gar nicht so der Pinguin-Fan. So in realen Tieren, aber an Stempeln gibt es da so Süße. Und schaut mal, sind die nicht niedlich, der hier da quasi auf dem Eis so lang rutscht und der hier so durch die Gegend watschelt. Ich weiß nicht, also bei Stempeln werde ich da oft schwach. Ich möchte eigentlich auch noch unbedingt das eine Set von Sunny Studio mit den süßen Pinguinen haben. Die Weihnachts-Pinguine, ja, die sind einfach süß. Iglu, eine Eisscholle dabei, kann es Eisfischen gehen. Finde die einfach niedlich. Ja, die kann ich jetzt auch noch für den Winter nehmen. Die sind jetzt nicht unbedingt weihnachtlich, wie hier der Weihnachtsmann. Und die anderen Sets, ja, mal schauen. Auf jeden Fall musst du auch das einziehen. Das ist eins von den größeren Sets. PlayfulPinguins, 16,16 Euro mit Rabatt. Ja, die musste ich unbedingt auch haben. So, Rechnung 1 kann zur Seite. Dann kommen wir zur zweiten Bestellung. Da habe ich mir auch ein paar Sachen bestellt, die bestellt werden mussten, also nicht auf Lagerwaren. Zum einen habe ich mal geschaut nach einem Alphabet. Ich habe nämlich nur die ganz kleinen von CC Design und von X-Cut und gar nichts, was unbedingt größer ist, außer die von Lawn Fawn. Die sind aber auch nur, glaube ich, zweieinhalb Zentimeter oder so. Und die sind jetzt, ich glaube, 3,1 Zentimeter. Die sind einen Ticken größer. Die fand ich ganz schön. So eine ganz einfache Schriftart. Und die sind, wie man sehen kann, hier von Impronte d'Otore. Nennt sich Anna Els Alphabet. Gibt es auch noch Zahlen. Vielleicht lege ich mir die auch noch zu. Die waren jetzt mit dem Rabatt 11,66 Euro. Ja, da kann man nicht sagen. Das ist, glaube ich, eine schöne Größe für Karten. Werde ich mal probieren, wie die sind. Ich habe von der Marke bisher nur Stempel gehabt. Da bin ich sehr happy mit. Und die Stanzen werden sicherlich auch super sein. Aufpassen, das blendet ein bisschen im Licht. Dann habe ich mir, ja, wie soll es anders sein, als alter ATC-Freak noch die drei fehlenden Sets der ATC-Stanzen von Crealice geholt. Die liebe ich ja. Da habe ich ja, glaube ich, bis auf die für den ATC-Coin, die habe ich mal weggegeben, weil die sind mir halt dann doch zu winzig gewesen. Da sind, glaube ich, alle Stanzen, das sind jetzt hier mit Cross-Stitch. Also da sind so kleine Kreuze so reingestitcht dann dieses Set. Dann fehlte mir noch das hier mit den kleinen Kreisen so drin. Ich gebe das ja da immer unterschiedliche nutzen zu können. Und hier mit so einem Scallop-Rand. Da hat man sogar dann drei Stanzen drin. Einen größeren und einen kleineren Aufleger. Auch sehr cool. Die haben jetzt jeweils mit dem Rabatt 5,81 gekostet. Ja, ich glaube 6,95 regulär. Also die sind günstig und super. Sie nutze ich am liebsten für meine ATCs. Dann mussten noch mal einige, die gab es dann, glaube ich, auch relativ neu im Shop, von den Enamel-Dots hier einziehen. Zum einen habe ich mir hier einmal von Marianne Design welche ausgesucht. Ein zweifarbig-Grün, ein dunkles Grün und ein helleres. Das ist fast schon so ins Mint, würde ich sagen. Und das andere so ein Tannengrün. Irgendwie fehlt hier einer. Keine Ahnung, wo der hin ist oder ob der woanders raufgerutscht ist. Habe ich noch nicht rausgefunden. Die sind aber auch relativ günstig. Man kennt ja von Echo Park, Doodlebuck und so weiter. Da hat man dann, glaube ich, 6, 7 Euro für so einen halb so großen Bogen vielleicht. Die sind mir einfach zu teuer. Aber die hier fand ich sehr gut. Und von Simple & Basic auch für den Preis. 3,56 Euro jetzt mit Rabatt. Da habe ich die Grünen genommen. Dann gab es auch noch relativ neu Duotone Red, also in Rot. Das ist ein schönes, kräftiges Weihnachtsrot. Ja gut, das zweite, das ist jetzt für mich eher so ein Lachsfarbenes. Es ist natürlich ein bisschen verfälscht in der Kamera, aber es ist eigentlich ein Rosa, kein Rot mehr. Macht aber nichts, sind trotzdem sehr schön. Diese mussten sein. Dann gab es neu im Shop hier auch davon Silberglitzernde. Da sind die Kleinen immer so ein bisschen verrutscht, verunglückt oder wirken wie ausgelaufen. Macht aber gar nichts. Verwenden werde ich die trotzdem. Die waren auch. Ja, waren alle 3,56 Euro. Außer das eine, jetzt muss ich mal gucken. Nee, alle 3,56 Euro Gold natürlich auch. Landet eventuell noch was mit auf den Weihnachtskarten. Muss ich mal schauen, wo es passt. Glitzer geht ja immer. Und was wirklich wunderschön ist, ist dieses Set Snowflakes. Also die werde ich definitiv auch nochmal nachkaufen. Die sind halt, oh ja, so mit so einem Holo-Glitzer drin. Die sind wunderschön. Die waren jetzt alle im Angebot mit 10%, 3,56 Euro. Kann man also auf jeden Fall kaufen. Die sind echt schön. Und ausgesucht hatte ich mir noch von, auch von Marianne Design, ein Snowpaper. Fünf Bogen in A4 sind hier drin. Das ist halt einfach ein weißes, ja ihr seht schon, das ist auch so Holo-Erisieren, Glitzerpapier. Und ich habe auch gleich herangefasst, ob das abglitzert. Aber nein, das ist Glitzer, der wirklich drauf hält. Ich habe nämlich ein teures von Stampin' Up und da rege ich mich jedes Mal so auf. Das Zeug kann ich nicht anfassen. Ich habe den Glitzer überall und ich finde es einfach kacke, sagen wir es mal so, wenn Glitzerpapier so abglitzert. Weil das haftet erstens mal überall. Und wenn es dann noch so ein teures Papier war, was man einfach nicht benutzen will, weil das immer so abglitzert, dann ist das echt eklig. 5,36 Euro hat das mit dem Rabatt gekostet. So, dann machen wir mal weiter im Text. Die nächste Bestellung, da hatte ich dann schon meine Spellbinders Glimmer bestellt. Da musste dann nochmal ein bisschen was einziehen an Zubehör. Ich wollte unbedingt, unbedingt diese Platte von Lawn Thorn. Die Snowflake Background Hotfall Platte. Die kriegt man in den unterschiedlichsten Shops zwischen 40 und 50 Euro meist. Bei Vera war sie noch mit am günstigsten. Ich weiß gar nicht, unter 40 Euro regulär. Und ich habe jetzt mit dem 10% Rabatt, lohnt natürlich bei so teuren Sachen, am meisten 31,46 Euro gezahlt. Ja, das war echt unschlagbar. Auch wenn es trotzdem noch sehr, sehr teuer ist. Also von Lawn Thorn werde ich, glaube ich, wirklich nicht immer alles von diesen Platten holen, wenn die alle so teuer sind. Aber die war einfach wunderschön. Ich habe sie auch schon für ein paar Projekte benutzt. In den Craft Updates seht ihr auch schon was damit. Die musste einfach sein. Dann gibt es hier von Crealize. Finde ich auch sehr cool. Ich hoffe, da bringen die noch mehr Sachen raus. Ein paar Schriftzüge, Englisch und Deutsch. Ich habe jetzt hier einmal Frohes Neues Jahr. Habe ich auch schon benutzt. Das ist auch sehr cool. Sind natürlich auch verhältnismäßig dann sehr günstig. 3,11 Euro mit dem Rabatt. Und dann fand ich diesen Rahmen hier sehr schön. Das ist jetzt von Crafters Companion, glaube ich. Muss ich jetzt gerade lügen. Ja, Crafters Companion, da steht es. Das ist halt dieser Rahmen. Hier sieht es, ist auch schon foliert hier oben drauf. Dann hat man diese Stanze, die hier im Hintergrund zu sehen ist, wo man das in der Mitte so rausstanzen kann. Und den Schriftzug. Do more of what makes you sparkle. Ja, finde ich auch sehr schön. Ich fand den sehr cool für so, ja, weiß ich nicht, sogar Neujahrskarten oder so, wenn man in die Mitte dann ein Motiv oder einen Schriftzug setzt. Oder einfach, ja, für Glückwunschkarten geht das auch. Das ist halt was sehr universell einsetzbares. Je nachdem, wie man das gestaltet. Fand ich halt sehr schön. Ist auch meine erste Stanze überhaupt. Oder ja, es ist ja nicht direkt eine Stanze von dieser Marke. Osegold Sparkle Frame mit Rabatt 17,51. Ja, fand ich okay. Der Schriftzug ist auch sehr nett, der dabei ist. Funktioniert super. Ausprobiert habe ich es. Also das. Und, ja, ich habe noch eine letzte Bestellung hinterher geschoben. So auf den letzten Tag, am 30.11. dann, wo der letzte Tag mit Rabatt war. Es wurde natürlich überall daran erinnert. Leute, bestellt nochmal. Heute gibt es noch Rabatt. Ja, und dann hatte ich dann doch nochmal eine Kleinigkeit bestellt. Ich hatte nämlich von diesen My Favorite Things Shaker Pouches hier für die Lipbeimstanze keine, ja, mehr da. Und wollte da noch gerne was für ein Päckchen basteln. Die haben jetzt mit Rabatt 4,46 gekostet. Die sind, glaube ich, auch teurer geworden. Aber wie so viel ist. Da wollte ich auf jeden Fall nochmal so ein Päckchen haben. Habe auch schon eins draus benutzt. Und die waren zum Glück gerade eh lieferbar. Also durften die noch mit. Dann habe ich nochmal geschaut, was sie an Folien hat. Da habe ich mir einmal von Spellbinders Glimmer direkt hier so ein Set geholt. Das sind jetzt die Saturn Metallics. Ich habe ja schon so ein Pastell-Set. Boah, das ist auch mega schön. Ja, hier hat man halt so ein Gold, ein Kupfer, so ein kühles Gold, würde ich sagen. Oder Champagner und so ein, was ist das eigentlich, so silbrig. Ach, nicht direkt Silber. Also ja, es sind halt so Metallic-Farben. Also total schön. Werde ich sicherlich auch nach und nach dann alles ausprobieren. Hat mir super gut gefallen, das Set. Das durfte also noch mit einziehen. Das war jetzt 11,21 mit Rabatt. Dann habe ich da, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Vorrat. Dann habe ich hier noch das Gegenstück. Happy New Year quasi zu dieser frohes neues Jahr. Happy New Year habe ich dann auch noch geholt. Versteht ja an sich jeder. Kann man auch super verwenden. Da muss nicht immer nur deutsches sein. Die Happy New Year war 3,11 Euro. Dann waren noch auf Lager zu dem Zeitpunkt diese Enamel Dots in einem schönen dunklen Weihnachtsrot, würde ich sagen. Ja, fand ich auch sehr schön. Die mussten dann auch noch. Chili Red soll es sein. 1,266 durften die noch mit. Dann bin ich Ewigkeiten drumherum geschlichen. Ich habe es auch schon bei Kleinanzeigen bei einer gefunden und ewig überlegt und überlegt und dachte dann irgendwann, ach jetzt scheiß drauf quasi. Sorry für den Ausdruck. Aber wenn man so Sachen sieht, die man immer wieder im Kopf hat, man sieht Beispiele damit oder man hat Ideen damit und denkt sich eigentlich, nein, eigentlich ist es zu teuer und eigentlich will ich es doch nicht und irgendwie dann aber doch. Und wenn man monatelang drumherum schleicht, es immer wieder irgendwo sieht und es einem nicht aus dem Kopf geht, ja, ich glaube, dann muss man es doch einfach mal kaufen. Big Birthday Wishes mit Rabatt 23,36. Ja, das ist eine Hausnummer für eine Stanze, aber ich wollte sie halt dann unbedingt haben. Ich habe schon so schöne Beispiele von anderen gesehen. Hier, so heißt sie. Und die ist halt echt nicht günstig. Die Stanzen von My Favorite Things sind immer sauteuer. Da ist Lawnphone oft noch günstig gegen, aber das ist so eine Stanze, die mir nicht aus dem Kopf ging und die dann jetzt doch endlich mal einziehen durfte. Und zu guter Letzt, einen Block habe ich mir noch mitgenommen. Ich benutze die nämlich sehr gerne, weil die meist sehr neutral sind. Das ist jetzt so ein Weihnachts- oder, naja, nicht Weihnachts-Winterblock, nicht Piggy Winter. Sieht aus wie so ein Strickmuster, so Strickpulli, so Norweger Muster und so. Und ich fand auch die Farben hier sehr schön. Können wir so kurz reinlunzen. Sind auch einseitig bedruckt, ja. Fand ich sehr schön und das ist sehr universell einsetzbar. Oder jetzt für Weihnachten würde es gehen oder halt alles, was so Winterprojekte angeht und Strickpulli. Oder wenn man jemandem, der strickbegeistert ist, vielleicht irgendwie was schenkt und verpackt oder so, passt das auch super. Das ist so ein kleiner Block. Der musste noch mit einziehen. 6,26 Euro. Da ist auch ordentlich was drin. Kann man schön was mitmachen. Und will ich euch noch zeigen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich habe von Vera eine süße Weihnachtskarte bekommen. Sie ist schlicht gehalten, aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Eine tolle Idee mit so Designpapier, so Kreise ausstanzen und dann drumherum so einen Rahmen gezeichnet. Und als würden da so Kugeln dran hängen. Das ist auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob das selbstgelettert ist oder ob das ein Stempel war. Sieht sehr schön aus, die Schriftart. Und dann hat sie da halt ein paar Grüße reingeschrieben. Ah, schaut mal, die ist gestaltet von Papierengel. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht drauf geguckt hinten. Ja, und Vera hat halt ein paar persönliche Grüße reingeschrieben. Also es ist eine von der lieben Marzener. Lieben Dank. Habe ich eine Weihnachtskarte bekommen. Da macht das Design-Team das ganze Jahr über Karten. Schickt die zu Vera. Und solange da Vorrat ist in dem Zeitraum, so Ende November, Dezember rum, gibt es dann ein hübsches Weihnachtskärtchen als Dankeschön oben drauf. Habe ich mich super darüber gefreut. Also ihr Lieben, das war es dann für diesen Monat. Ja, es ist mal ein bisschen mehr geworden. Aber für dieses Jahr war es das dann auch. Erstmal die Sachen verarbeiten und benutzen. Gucken. Vielleicht habe ich ja auch noch mal Lust auf ein paar Weihnachtsmotive zu stempeln und zu kolorieren für irgendwas. Wenn nicht, dann werden sie definitiv nächstes Jahr benutzt werden. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.